So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke. Wir haben wieder eine kleine Max Out Monday Folge für euch vorbereitet. Und wir wollen auch mal wieder kurz die Kyurem Konter zeigen. Denn am 16. ist der Raid Boss Wechsel. Ja, schreibt es euch auf. Da beginnt auch das Winter Event mit anderen Raid Bossen. So richtig geile Sachen. Neuen Shinies. Video dazu ist auch auf dem Kanal. Könnt ihr euch mal reinziehen. Müsste aber nicht. Jetzt will ich euch mal kurz meine Lieblings App zeigen. Und zwar hier GoTool. Denn in der GoTool App gucke ich ja immer nach, wenn ich weiß, es gibt was Neues. Da habe ich immer schön die WP-Werte der Raid Bosse auf Abruf im Überblick. Und eigentlich auch die Konter. Jetzt ist das Problem, wenn wir auf Stufe 5 Raids gehen. Ich sage nochmal, das ist die GoTool App. Habe ich bisher immer empfohlen. Mittlerweile sage ich, passt da bloß auf. Denn guckt euch mal das an bei Kyurem. Die Werte 2042 und 2553 mit Wetterboost, die stimmen zwar. Aber wenn ich mir angucke, ein Mega-Haspi-Rohr mit zweimal Stahlattacken, denke ich mir, hä? Seit wann? Metacross mit zweimal Kampf? Hä? Also irgendwie haben die die Attacken an den Pokémon komplett vertauscht, irgendwas gemacht. Wir gucken auch gar nicht großartig jetzt, was hier steht. Ich habe es ja sonst immer so gemacht bei Max Out Monday für die Konter-Folge des nächsten Raid Bosses. Ich habe mir hier bei Kopieren, hier könnt ihr draufdrücken, Kopieren. Könnt ihr euch, es startet jetzt wieder neu, ich verstehe das nicht, diese... Könnt ihr euch einfach die Pokédex-Nummern der entsprechenden Konter in die Zwischenablage kopieren. Und wenn ihr dann in die App reingeht und diese Zwischenablage aufruft, dann seht ihr alle Pokémon, die eigentlich als entsprechende Konter in Frage kommen. Jetzt ist das Problem, Kyurem hat halt auch wieder Konter dabei, die wir bisher eigentlich alle schon gemaxed haben, gepusht haben. Ich glaube, ich habe auch kein einziges Pokémon dabei, was man maxen kann für Kyurem, was ich nicht schon gemaxed habe. Ich habe also jetzt hier diese Pokédex-Nummern drin. Ihr seht zum Beispiel hier, Feuer ist gut. Weil das ist ja auch vom Typ Eis, das ist Drache und Eis. Feuer ist ganz gut, so ein Mega-Klurak würde bestimmt gut sein, ist aber leider schon auf 50, können wir nicht maxen. Hier seht ihr Mega-Altaria, oh mein Gott, ist auch schon Level 50, kann ich nicht maxen. Was wird hier vorgeschlagen? Natürlich Metacross mit Stahlattacken ist auf Level 50, kann ich also nicht maxen. Schlappohr kann ja auch Kampf-Moves, vielleicht deswegen, wenn ihr so ein Mega-Schlappohr habt auf Level 50, ein Ducario, ist auch immer gut. Gut, wenn das noch eine Mega-Entwicklung jetzt hätte, kommt bald. Dann, ja, Rihonjo ist auch dabei. Aber komischerweise, ist auch auf Level 50, hat eh die falschen Attacken, lasst euch daran nicht irritieren. Wir haben die Jalga auf Level 50 dabei. Wir haben auch Palkia auf Level 50 dabei. Sind halt schon alle gemaxed, aber ist natürlich auch wieder, sind Drachen. Drachen gegen Drachen ist sehr effektiv, aber es hat ja Eis gegen euch, das sind Drachen eigentlich doch nicht so cool. Nehmt einfach 6 Mega-Klurak, das würde passen. Ich sehe aber hier in dieser Liste nichts, was ich jetzt auf Level 50 bringen kann. Wir haben Regiran. Fehlen aber noch ein paar Bonbons, das wird wohl nächste Woche drankommen. Meistergriff, also wieder hier vom Typ Kampf, was eben gut ist, auch gegen den Eis-Typ. Kann ich aber auch noch nicht maxen. Und dann darf natürlich Sekrom nicht fehlen. Auch hier dabei habe ich aber auch noch keine XL-Bombombs voll. Denn ich warte gespannt auf die Raid Mania diesen Mittwoch, dass wir das noch maxen können. Das ist also eine kleine, bunte Auswahl, was ihr theoretisch trotzdem für Konter nehmen könnt, um euch ein bisschen ein Gefühl dafür zu geben, also Kampf gegen den Eis-Typ, Drache gegen Drache. Ja genau, und dann schlägt es euch tot. Wir haben aber hier auch Sackjahn. Fee. Fee wäre auch was. Kann ich aber nicht maxen, da habe ich damals nur die täglichen Pässe gemacht. Der ging auf 40, aber mehr ging der nicht. Damit ich aber überhaupt was maxen kann, habe ich mir was anderes ausgedacht. Ich gebe hier einfach mal Push ein, ungefähr so. Dann habe ich jetzt sechs Pokémon vorbereitet, die ich maxen kann. Und wir gehen auch mal nach WP sortiert und gucken mal, was es jetzt alles gab. Letzte Woche Dienstag war zum Beispiel die Spotlight-Stunde mit Electek. Ich habe gesagt, Electek ist so ein geiles Pokémon. Das sieht richtig genial aus. Das hier ist ein hundertprozentiges auch, sieht man ja, weil da 100 steht. Kann man auch noch mal bewerten. Ist bei einem Tausch entstanden. Habe ich gemaxed, habe ich als... Habe ich nicht gemaxed, habe ich als... Also es ist sehr ratsam, wenn es die ganze Zeit da hinten rumraschelt, wenn man ihn jetzt gerade aufnimmt. Glücks-Pokémon mit Best Buddy, meine ich. Best Buddy. Uns raschelt weiter. Richtig genial. Da haben wir auf jeden Fall in der Spotlight-Stunde ein paar XL-Bombombs gesammelt, sodass das das erste Pokémon ist für heute, was wir maxen wollen. Wir geben da was dazu. Kommt auf 3481 und ist einfach ein richtig guter Elektro-Angreifer. Weil ich werde auch hier noch einfach eine zweite Ladattacke beibringen. Was auch immer der noch alles kann, weiß ich jetzt nicht. Wir haben zum Beispiel Ice-Heap jetzt mit dabei. Was ist das beste Moveset für ein gemaxedes Elevoltech? Schreibt es mal in die Kommentare. Der Donnershock-Stromstoß, Ice-Heap-Stromstoß ist auf jeden Fall recht gut. Ice-Heap als Überraschung. Der ist gemaxed. Heute Abend in der... Äh, morgen Abend, also Dienstagabend in der Spotlight-Stunde. Dann übrigens Magmar. Zum Magbrand. Vielleicht da mal 1 auf 50 maxen, obwohl ich das nicht so cool finde, wie dieses Elevoltech. Dann, was überall jetzt wieder gesessen hat, war das Trickephalo, also Capuno. Hat überall gesessen. Ihr versteht schon, was ich meine. Hat überall gesessen. Das heben wir uns aber auf. Wir machen erstmal was unspektakuläres. Was ich nämlich schon mal gemacht habe, ist Flampion gemaxed. Werden wir auch hier machen. Wir werden hier einfach ein Power-Up durchführen auf 1630. Dann ist das auf Level 50 und werden es noch entwickeln. Ist nämlich trotzdem ein guter Feuerangreifer. Kommt auf 3511. Hab damals schon in einer Max-Out-Manday-Folge, ich glaube, ich hab das Galaflampion mit dem Eistyp gemaxed. Ich habe das gemaxed, aber ich find das Pokémon so cool, dass ich am liebsten eine 6er-Armee von beiden hätte. Von dem Feuertyp 6 Stück, von dem Eistyp 6 Stück. Immer auf 3,5. Der wär natürlich gut mit Feuerattacken. Kann er ja vielleicht irgendwann mal drauf machen. Oder wir machen es einfach jetzt und gucken mal, was der hier hat. Feuer. Vielleicht wäre das auch ein Condor, den man noch nehmen könnte. Vielleicht jetzt auch gegen Kyurem. Wer weiß das schon? Würdet ihr mit Flampivian gegen Kyurem kämpfen? Guckt euch den an, wie fies der auf jeden Fall aussieht. Dann was, was wir auch schon öfters gemacht haben und öfters gepusht haben und öfters gemaxed haben, ist Dratini. Dratini jetzt im Drachen-Event, das auch wieder überall. Werden das also auch wieder maxen. 1136. Und werden es entwickeln. Zweimal natürlich zu Drago-Nir und zu Drago-Night. Zu Drago-Nir und zu Drago-Ran. Dass das auch zur Armee dazugehört. Mir fehlt nämlich noch ein sechstes gemaxedes Drago-Ran für ein volles 6er-Team. Und das ist jetzt dieses. Eben durch das Drachen-Event. Jetzt die restlichen XL-Bomb-Boms bekommen. Noch ein Hunderter bekommen, was natürlich einen sehr niedrigen Level hatte. Das Gute bei dem ist, da muss man auch nicht warten. Den kann man auch einfach so entwickeln. Denn die Seaday-Attacke Drago-Meteor ist meistens schlechter als Wutanfall. Was er sowieso schon immer beherrscht und kriegen kann. Müssen wir hier vielleicht auch mal kurz... Machen wir mal Feuerodem rein. Lassen wir ihn jetzt mal kurz so. Vielleicht ist das andere noch besser. Hyperstrahl hat er hier. Vielleicht kann der auch mal zwei Attacken vertragen. Ansonsten... Wir lassen jetzt einfach erstmal Feuerodem und Drachenklaue auf den mit 4.287. Das haben wir noch hier. Knacklion saß ja auch überall. Maxen wir den auch einfach hinterher. Was weiß ich. Es war ein Drachen-Event. Deswegen, wir werden einfach hier die paar Drachen-Pokémon maxen auf 3.008. Mit Lehmschuss und Erdkräfte. Wir haben noch ein Snibunner, was wir maxen können. Auf 3.397. Da werden wir aber definitiv noch eine zweite Attack auch hinzufügen. Ist ja auch ein guter Unlichtangreifer. Der hat jetzt Eissplitter und Lawine. Hat dann Fokusstoß. Na, nee, das ist nett. Aber... Schmarotzer. Lassen wir mal Eissplitter, Lawine. Schmarotzer kurz drauf. 3.397. Bei diesem Snibunner auch 100% auf Level 50. Und was wir uns noch aufgehoben haben, ist eben dieses Triggefalo. Was jetzt schon auf 3.625 kommt. Und nach dem Maxen auf 4.098. Hätte man jetzt auf den Seeday warten können. Aber das war ja schon lange entwickelt. Ist auch schon Best Buddy. Und hochziehen, wenn es die Endstufe ist, könnt ihr machen. Aber wenn ihr noch ein 100er habt, was vielleicht ein Duodino ist. Vielleicht kommt nochmal ein Seeday. Vielleicht gibt es nochmal eine Attacke. Aber bis das kommt, es vergeht so viel Zeit. Nutzt die Pokémon am besten jetzt. Wenn euch das wirklich wichtig ist und wertvoll, dann könnt ihr ja trotzdem über eine Top-Lade-TM irgendwann dann noch den Move ausbessern. Hier werde ich auch noch eine neue Attacke drauf geben. Um mal zu gucken, was der noch dazu bekommt. Ist auf jeden Fall jetzt auch ein Monster mit 4.098 bis Finsterauer Drachenpuls. Ob das jetzt gut ist, weiß ich wieder nicht. Lassen wir mal so drin. Das waren meine sechs Pokémon für diese Folge. Können wir auch nach WP sortieren. Ist schon egal. Also Dragoran, Platz 1, Trigefalo hier, Flampivian, Elevoltec, Snibbuna und das Nibeldra, wenn mich nicht alles täuscht. Habt ihr auch was gemaxed heute am Maxout Monday oder was? Welches Pokémon habt ihr zuletzt gemaxed oder wo habt ihr zuletzt ein Power-Up reingesteckt? Schreibt es mal rein. Freut ihr euch auf Kyurem ab dem 16. Freut ihr euch auf das Winter-Event am 16. Ich habe ein 100er Kyurem. Ich werde wieder sehen, dass ich die XL-Bombombs zusammenkriege und dann am Ende also ein 100%iges Kyurem Maxe, auch wenn Kyurem nicht so toll ist wie das Schwarze oder Weiße. Vielleicht kann man irgendwann die Form ändern, dann macht man das und wenn die anderen schwarz-weiß kommen, dann radet man ja sowieso nochmal auf der Suche nach einem 100er da, falls man die Form wirklich nicht wechseln kann. Und findet nochmal XL-Bombombs. So einfach ist das. Mehr ist es nicht. Und wenn ich die Form wechseln kann, dann hat es sich ja eh erledigt. Da ist ja nichts verloren. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Heute Abend 20 Uhr wieder chillen mit Ramses. Dann gibt es auch das Gewinnspiel. Wer aufgepasst hat, es gibt ein Gewinnspiel. Ja, haben wir letztens. Da weiß ich jetzt schon wieder, dass heute Abend das Chaos los ist. Und ich glaube, ich weiß jetzt schon, wer gewinnt, weil es glaube ich bis jetzt nur einer richtig hat. Jetzt habe ich natürlich nochmal daran erinnert. Also egal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.